Und unsere 7 hier ist eine knallharte Sau Ach ja, ich denke wir noch wieder ankommen So, was ist jetzt? Oh oh Da könnte das Ding nicht mehr abkommen Jetzt sind die Spassane und die Kugel Auch die Kugelmann Okay, so ein SKD, der ist aber schon derbe übel Oh, verstanden Da müssen wir noch vorher noch die eliminieren Jetzt noch eine Noch eine Die Tür ist manisch Die Kugelsmechanismus zerstören Laut meiner Scans warten auf der anderen Seite dieser Tür mehrere Gegner Ich empfehle Ihnen die Tür aufzubrechen und den Raum schnellstmöglich zu säubern Platzieren Sie den Springsatz und gehen Sie in Deck um Warte, wird das hier für Granaten überhaupt Magde eingenommen So Leute, ich muss mal kurz was nachgucken, ey, wie wechsle ich denn jetzt Granaten bitte? Wie wechsle ich denn jetzt Granaten bitte? Äh Okay Ach, auf Kuh ist das Ah Öffnen Sie die Tür, Delta Tun wir's Na, da bauen wir mal den Raumschirm Platzieren Sprengsatz Gesichert Aufpassen Da ist der Außerhalb des Schildes Delta Leader Da ist der Weißen Sie deutlich meine Schirmschutzposition zu Er soll Sunfake ins Visier nehmen Mit dem allergrößten Fernseher 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 Sunfake's Jäger läuft schon braun Delta, was treiben Sie da eigentlich? Ja Der hebt ab Jetzt hast du Oh Das war's Ach komm, die Dauern Wuhu Ja Ich liebe diesen Geruch Ich rieche nur verbrannten Gionosianer 3-8, meine Scanner zeigen eine Explosion an Roger Ziel terminiert Habt ihr das gesehen? Das sah nicht aus wie ein Gionosianischer Schiff Bestätige Keine Identifikation möglich Ich überprüfe die Datenbanken Machen Sie weiter Deltas Wir haben keine Zeit zum Jubeln Deltas Wie Sie bereits wissen Ist das Team von 3-6 außergetecht Sie sollten eine Drohidenfabrik in diesem Sektor ausschalten Ihr Team wurde jetzt mit dieser Aufgabe betraut Wir geben Sie sich zum Aufzug Alles klar Und das war die erste Mission Und dann schreien wir gleich mal bei der zweiten ein Laut Geheimdienst gibt es da unten ein paar Fabriken Aber unsere großen Sturmtruppen kommen da nicht rein Ausgehend von der Wärmesignatur dieses Turms muss darunter eine Fabrik sein Die Neutralisierung einer der Fabriken könnte uns einen entscheidenden Vorteil verschaffen Unsere Scanner können die Fabrik nicht exakt orten In der Nähe ihrer Position muss ein Störsender sein Zuerst muss der Störsender deaktiviert werden Anschließend bringe ich sie zu ihrem Primärziel Die Kommunikation Gestört Sind da drin auf sich gestellt bis Deaktiviert haben Das Signal ist gestört, Sach Schade, es wurde gerade Kämpfer Feinde eliminiert Volltreffer Hm Sicht nie feines Scharfschützenmodus Extrem präzise Extrem Öffnen Sie jetzt die Tür, Soldat Seid unterwegs Ah, super, jetzt haben wir auch ein Scharfschützengewehr Na, insgesamt 20 Schiffs, ich hab mal 5 geladen Gesichert Kadate Die Tür ist offen, der Weg ist frei Dieser Geruch, Sie ernten Finderharz In der Rohform hochexplosiv Nachher haben wir noch hier ein Pistilchen Dann haben wir unsere Glaser Das wurde dieses Zeug hier Los, los Unter uns sind Maschinen Wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein Das heißt, wir müssen noch ein paar Bugs töten Was? Zieh mal einer an Mehrere Ziele auf der Brücke Lieder, das ist hier eine gute Position für einen Scharfschützen Och, jetzt nicht wackeln Die Tür ist immer nix, ey Die Tür ist immer nix, ey Die Tür ist immer nix, ey Mir gefällts hier gar nicht Was find das für Dinger, sehen aus wie Eier Das scheint eine Art geonosianische Brutkammer zu sein, Gentleman Unglaublich, das sind Eier Machen wir einen weiten Bogen um sie, sicher ist sicher Und ich dachte, schlimmer kann's nicht mehr werden Hauptwarten, Delta Ach so, Delta Ach so, Delta Ach so, Delta Ja, was auch Wunderstand Mein Gott, ey Was ist das noch? Was soll das Kleidens in der Haut kommen? Ein Blumen der Nähert Kein scheiß Fächer Kein scheiß Fächer Fächer Konföderations-Troiden. Da ist der Störsender. Er ist abgeschirmt. Schalten Sie sich von dort aus. Der Schild muss hier irgendwo sein. Achtung, Granate! Ende der Vorstellung, Droide! Position ändern, Beton. Der Störsender stört meine Systeme. Der Störsender stört meine Systeme. Auf! Aua! Sie! Kontrollen Ecken! Genehmigen Sie sich etwas, Bagdad! Am anderen Ende des Raums ist eine Computerkonsole. Ich muss den Schild des Störsenders deaktivieren. Von hier haben wir freies Schussfeld. Sechs hoch, nochmal auf Position hier. Meine Stiefel sind voller Schleim! Tolle Technik, Sir! Haken Sie die verdammten Protokolle, Delta. Sie müssen uns hacken. Ich passe da drauf. Und? Die Flieder! Die Flieder! Die Flieder! Die Flieder! Die Flieder! Schilde deaktiviert! Sprengen wir den Störsender! Wir kümmern uns gleich da unten! Wir müssen heilen! Alles klar, alle mal zurück! Zeigen Sie, was Sie können, Kommandant! Herr Lord! Bringen Sie einen Sprengsatz am Störsender an! Roger! Platziere Sprengsatz! Wir brauchen den Bug! Position ändern, Delta! Positiv! Hinter Ihnen! 3-8! Schade! Am Anfang war es doch total easy! Und jetzt kommt es gut durch! Positiv! Wir brauchen die Flieder! Wir brauchen die Flieder! Wir brauchen die Flieder! Sogar drüben Sie unheimlich Die Fläckung, Deltas! Wir brauchen die Flieder! Positiviert! Gute Arbeit, die Kommunikationssysteme funktionieren wieder! 1. Scans – zeigen einen großen Komplex in der Ebene unter Ihnen. Gehen Sie durch die Öffnung hinter dem Störsender! Gönnen Sie sich ein bisschen backen. Regel 17. Immer vergewissern, dass Sie tot sind. Kommando geheilt. Und weiter geht's, Leute. Am Ende dieses Schachtes ist ein Sims. Von dem Sims aus können Sie sich in die Ebene darunter abseilen. Wir müssen weiter runter. Wir sind genau hinter hinten, Team Leader. Aufpassen, ich habe vermehrte Feindaktivitäten auf den Sensoren. Auf der anderen Seite des Turms führen Lüftungsschächte in die Fabrik. Na klar. Meines Wissens kommen Sie über den Turm nicht in die Fabrik. Ich denke, Sie müssen sich etwas einfallen lassen. Ja, na super. Kämpfer! Achtung! Flankiert das neue Ziel! Deckung! Was ist denn? Ich bin angeschlagen. Sie haben einen Erwischt 38. 07 hat erwischt ihn! Augen halten, Deckers. Seiner von uns ist schon down. Ich stehe nicht mehr so viel. Was zum Teufel war das? Geonosianische Elitereinfeldung. Was ist das? Was ist das? Merkt man. Wie der Schöder will leben. Da ist ja noch einer. Sie eliminieren. Soll ich wieder aus, kannst du losgehen. Von hier kriege ich den Vorschlossschlusschützen gehören. Erledigt. 6-2 hat es erwischt. Helft ihm. Erledigen wir die Bugs. Hole Bugszester. Was ist denn noch vor? Oh. 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 Ich bin ja gut, ob da einer wieder. Alter. Okay, diese Jetskarten sind ja immer aktiv. Ich bin ja auch schon. 07 hat erwischt. Hilft ihm. Projekte kombiniert. Jeder am Boden. Alter. Werkt er. Super. Deckung. So nahe Geschütze am Ende der Brücke. Wachse. Ich bin jetzt schon jetzt verarscht. Unterstütze 07. Wir brauchen diesen Soldatendecker. Oh, das gehört aber richtig zueinander. Ich kümmere mich um 6-2. Mal, wenn wir jetzt schon fast draufgekommen. Bin einsatzbereit, Sir. Genehmigen Sie sich etwas, Bagdad. Geht schon unterwegs. Guter Schuster. Und nachschlagen. Und nachschlagen. Schütze mich wieder gut. Heilen Sie sich, Delta. Ohne Bagdad. Delta 7, machen wir es von hier. Ah, schießen wir um. Der ist erledigt. Oh, mein Gott. Bagdad. Ah. Gönnen Sie sich ein bisschen Bagdad, Delta. Ich hoffe, ohne Bagdad. Präzisionsschuss einleitend. Der kommt. Röke zu Ihrem Ziel vor. Zielbereiche in Sicht. Kommando der Halt. Den hast du erwischt. Hoppala. Abomann-Geschütz. Na gut, jetzt gehe ich mich nochmal heilen. Machen wir doch nach vorne. Sie haben auf der Brücke eine Barrikade errichtet. Platzieren wir da noch einen Sprengsatz. Leiten Sie die Sprengung ein, Delta. 4-0, hast du mal vor. 4-0, bereitet Sprengsatz vor. Gib mir Rückendeckung, Delta. Nur noch ein paar. Kannst du dich bitte mal beeilen? Die Bombe ist scharf. Auf ihr Zeichentakt. Zurück, Deltas. Fehl erreicht. Weiter, Deltas. Position ändern, Delta. Kannst dich den ganzen Tag machen. Die Hände terminiert. Von hier haben wir freies Schussfeld. Ja, Sir. Gehe in Position. Kunde, Schuss, Sir. Die Ladung lenk ich jetzt. Aber jetzt muss ich gleich schaffnissen, die man so frei halten. Gut, fertig. Entdeckung. Au, da. Nicht einer der Boden. Delta 3er, hast du erwischt. Guck mal, nehme ich jetzt gerade was? Der Akkord ist so vaut. Also, einer weniger. Das ist ja mal ein Lärmisch für die Feier, ey. Präzisionsschuss, abbrechen, Kommando. Positiv. Genau wie ein Simulator. Bugs. Zeigen Sie, was Sie können, Kommando. Gehe in Position. Ich muss mal das bleiben. Weil Sie eben ist einsatzbereit. Ich darf ihn jetzt erstmal wieder heilen. Gehen Sie in Position, Wilhelm. Sie eliminieren. Sie haben sieben erwischt. Thionoseanischer Abschau. Viel. Und hier kriegen wir sie nicht. Ach, scheiße. Trost. Kommen wir nicht rüber. Wir müssen uns wohl eine eigene Brücke bauen. Wir machen sie Plattdelta. Oh.